Hey, ho, Gini-Freunde und herzlich willkommen zurück zu UnMetal, also los geht's. Ah, nicht drauf geachtet, scheiße. Machen wir gleich nochmal neu, das ist, das mag ich nicht. So, müssen wir warten. Hä, wir, wir haben nicht dran gedacht. Meine Güte, können wir mal probieren. Hm. Muss ich gerade mal gucken, waren wir hier schon drin? Ja. Outsch. Hm. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. 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 Komm, komm. Alles, die Kadlen istiquier. Komm. bereit, Schlampeuu. I don't know who that is I think you've got the wrong channel damn geeks over and out ok, now we have to be careful I don't know who that is Komm komm, ranna, ranna. Ranna, 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 ranna. Komm komm komm. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Okay. 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 Okay, jetzt muss man hier lang. Oh, oh. Da kommt einer. Uh. Oh. Oh. Uh-oh. Oh. 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 Ich muss mir was anderes überlegen, wartet mal. Hm, da kann man nicht lang, das ist natürlich blöd. Wir gehen und speichern jetzt erstmal. So, und jetzt? Wir warten jetzt mal, bis die vorbei sind, dann gucken wir doch mal. Ich hätte doch mal rechts etwas übersehen. Da? Da? Colonel, still there? Affirmative, where are you? I'm still in the compound. What? Weren't you escaping in a truck? What the hell are you doing back there? I snuck onto a truck, but it went backwards and returned to the compound. Goddammit, Fox. Colonel, I know about another truck that's going to leave in a while. I'll call you later. Over and out. Tja. Was mach ich da jetzt? Himm... Himm... ... ... Was? Es kann hilfsreich sein, seinen Pöte in den Bracken zu benutzen. Aber sorge dafür, dass keine bewusstlosen Wachen da draußen liegen. Warte mal. Was? 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 Warte mal. Warte mal. Komm, komm. Gut, das ist immer gut, aber ich will gut, die gehen hoch. So. Ich warte jetzt, bis sie wieder, ähm, vorbeigezogen sind. Hoffentlich fällt ihr nicht auf, dass ich gerade deren Leute ein bisschen geschlackt habe. Bäh! 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 Schreib dich! Arthur! Bäh! 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 I couldn't use that potty. It was full. I had to empty it in some toilet. Why didn't you just empty it anywhere? Because I'm not a pig. Moreover, if I wanted to water the plants anywhere, why did I need a potty? And you took your urine with you? Yes, until the next toilet. There I emptied it to reuse it again. hmm. Hmm. That's not bad, you. Hmm, 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 hmm. Hmm, 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 hmm. What do I do now? I'm killing a K.O.? I left that scumbag on the floor. Autsch! Das war doch irgendwie absehbar oder habe ich da was an der Murmel? Sooo... Ich könnte es natürlich anders machen, aber in dir habe ich das Gefühl, dass ich das so hier machen sollte. Mhm. Wie mache ich das jetzt? Das ist jetzt das Problem. Wie mache ich das? Stimmt, ich habe das Hechtsprung vergessen. Aber eigentlich müssen wir die K.O. machen, weil es könnte hier was Nützliches drin sein. Was mache ich da jetzt? Oh. Jupp. Exitus. Autsch. War auch wieder verkehrt. Das ist nicht so einfach, Freunde. Ich könnte jetzt natürlich... Ähm... Ich bin auf der Kiste. Ich bin auf die Kiste. Ganzfrei. Ich bin auf dem Kiste. Ich bin auf den Bars. Ich bin auf der Kiste. Ich überleg schon, ob ich nicht erst mal zurück zur Toilette gehe, entleere und besser ist es. Gut. Dann mache ich dort nochmal voll. Kann ich da vielleicht nochmal? Ey, halt, warte mal, da war noch eine Kiste. Sieh an, da habe ich immer eine in Wesen. Hm. Hm. Nochmal rein. Tschüss. Wie kann ich die drei Typen in den Kisten überwältigen? Abknallen eigentlich, aber möchte ich eigentlich nicht. Hm. Bandage? Komm, 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 komm. I left that scumbag on the floor. Ey, warte mal. Na, vielleicht lassen, vielleicht liegt auch was an den Betten. Ist nicht verkehrt so. Na, Kugelslot, naja gut, das hätte man sich schenken können eigentlich. Oh-oh. Hey! A coin! Autsch. Ah, schon mal wieder kontaktisch. Komplett falsch. Münze. So. 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 He connaissson da. Hey! A coin! gr…… Ah, schnell weg, 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 weg. Ah, scheiße. Das ist eben, du hast hier null Chancen. Komm, komm, komm. Vor allem, weil der Ona so langsam läuft, finde ich, die kommen hier angetrappt, wie nichts Gutes. Alter. Wenn ich jetzt da oben bin, dann knackt mich der andere, der unten ist. Das ist doch scheiße. Hm. Hm. Hey, a coin! Hey. 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 So. Komm, komm, rein da, Gott sei Dank. Komm, 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 komm. Mann, jetzt nimm doch den Scheiß. Komm, 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 komm. Before peeing, I put all of the knocked-out guards inside. I didn't want them to be discovered and have the alarm sounded while I was making a deposit. Ist das dein Ernst jetzt? So. Come, 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 come. As I walked in, I ran into a soldier. Oh, sh**. The guy was so hammered that he confused me with one of his buddies. Hey, Mike. You want a drink? Mike, uh, no thank you. I don't drink when I escape. Hold on. You're not Mike. No, I'm Fox. Jesse Fox. You're the prisoner? I would escape, too, if I could. Why? To see my daughter. It turns out that he had a little daughter who he hadn't seen in three years. Every year, he requests leave to go see her. And every year, his drill sergeant rejects it. Poor man. So, in a week, the daughter was turning six. And Mike requested leave again. And yet, again, the drill sergeant rejected it. Which was why he was drowning his sorrows. Until he knocked himself out. Uh-oh. Uh-oh. Nochmal speichern. Ich mach das lieber so oft wie... I ran into a guard as I went in. He was urinating. Please don't tell me you pissed that guard off while he was urinating. I couldn't. Someone beat me to it. What the hell are you doing, scumbag? Sir, I'm peeing, sir. Did you wash your hands? Uh, no, sir. I'll wash them when I'm done, sir. Are you touching your dick with your dirty hands? How can you be such a pig? Hands are washed before, not after peeing. Sir, yes, sir. Why did you stop peeing, scumbag? Sir, I ran out of pee, sir. What a pussy! Who do you think you are, a fucking civil? A soldier continues peeing even if his balls are empty. They'll get the hell out of here! Sir, yes, sir. Sergeant, there's someone behind you. Fuck, soldier, did I tell you to look behind me? Uh, no, sir. Then why the hell are you looking behind me? Here, you don't look, listen, or speak, unless I tell you to do it! Understood? Sir, yes, sir. That damn drill sergeant acted tough with his men, but he ended up crying like a baby with me. Uh... No. Who the fuck are you? And where the hell is your uniform? Uh... Washe... Washe geklaut? Uh... Verloren. In the laundry, sir. And what in the hell is your uniform doing in the laundry? It was dirty, sir. Are you kidding me? Since when the clothes have to be cleaned? In Texas, we put it in the laundry when it stands on its own, sir. Fuck! You're from Texas? Only two things come from Texas. Steers and queers! Which one are you, boy? I don't see any horns! So you must be a quid! Sir! No, sir! Fuck, of course you are! No! Yes, you are! No! No! I'm not! Hold on, Mr. Fox. Didn't you say it was the drill sergeant who ended up crying like a baby? You're contradicting yourself. It was you. Sergeant, execute this liar. Yes, sir. Oh. Das ist ja ein Witz. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht.